Hallo Midnight Hallo Smiley Hallo Midnight Hallo Nick Hallo Namu Hallo Edeltoast Ah Edeltoast Ja Ich glaube Midnight, der vertraue ich Oh Hat Hi Geh weg Ich vertraue dir Ich vertraue dir nicht Guck mal Ich vertraue dir trotzdem nicht Guck mal Magnetostick Da sind die Hardbombe Da sind welche gestorben, bestimmt Ja, Nick zum Beispiel Seit wann ist die G-Hab drauf? Die G-Hab hat hochgeschmissen Wer hat sie? Indie war zu Miss Smiley's Inter Da ist eine Da ist eine Auch Indie Drei Leute sind gestorben Wo ist die dritte Weiche? Das ist eine sehr gute Frage Also ich bin die T-T-T Warte, wie heißt die Map? T-T-T? 1 in 2013 2 in 2013 2 in 2013 Bestorben Besten, der lebt dann alles noch Okay 3 in 2013 Das ist unfair Okay Ich muss nachladen Ey, ich musste nachladen Smiley Ich wollte eigentlich Midnight noch mitnehmen Aber Nick hat den Weg versperrt Also Ja, das war praktisch Ich sah nur wie Nick zu mir reingeflogen hat Siehst du? Ich hab was Gutes für dich getan Und du wolltest mir nicht vertrauen Und du wolltest mir nicht vertrauen Ich vertraue dir nicht mehr Seit du mich zweimal erschossen hast Als ich dir ne T-T-T Ich hab Danach ist es aber auch nie wieder passiert Danach Ja, danach hab ich dir auch nie wieder was angeboten Doch, aufm Luftschiff eben Hast du gemerkt, dass ich meinen eigenen Death-Tacker identifiziert habe? Doch, ich hab gesehen, dass du Traitor warst Aber irgendwie Da hab ich mir so Hey, das muss ein Bug sein Haha Ich denk so Wie war das jetzt mit einem R? Ich drück eh so Ich drück eh so Fuck Ich hab mich schon gewundert Hä? Wieso ist der auf einmal rot? Egal Was war das? Yeah Was ist das? Yeah Ultimative Endo Test Ja Monster Was ist los? Bist du Traitor? Ich bin Traitor Ja, Monster Oh, Namu, hi Hallo Ich drück gleich ab Hi, Smiley Wieso schießt ihr aufeinander? Wieso willst du mit mir handeln, Uigel? Ich hab mich verklickt Und das sind mir zu viele Menschen MENCHEN MENCHEN Nick Ja Dreh dich auf Ultimative Endo Test Ja, Namu Vorsicht Nee, danke Verpiss dich Red Knight erschießt Nick Okay Nein Nein Es ist Namu Maha Guck doch mal Nein Okay, hatten wir uns das Endo hat auf mich geschossen Ja, wir sind gut Ich hab ihn getildet Und ich hab ne Turtle Grenade Ultimative Endo Test Wer legt denn alles noch? Wer hat mich angeschossen? Wer hat mich angeschossen? Der Detective aus irgendeinem Grund Oh Mann Oh Mann Oh Mann Namu Ja Wo bist du? Wer schreibt denn die ganze Zeit durch die Konsole? Wo oben? Hier oben Hallo Wieso schießt du auf mich? Weiß ich nicht, das ist ne goldene Diegel Achso, du hast jetzt zweimal die Kostik für sie leeren Ja, das ist leider Zedow von Da wir jetzt mit dem Detective alleine sind Begehst du in Zede Oh Mann Oh Mann Bitte nicht Aber, aber Bleib doch noch am Leben Ich muss doch noch ein Geschenk geben Okay Ich komm zu dir hoch Okay Mit Fahrstuhl oder Treppe? Gleichzeitig Hallo Hallo da Hallo Hallo Ich weiß ja auf wen ich schießen muss Lass mich mal kurz durch Moment, warte So, ok Hä? Wo ist denn jetzt der Traitor hin? Ich meine ich spring auf meinen Stein Okay Okay Ich hab den Traitor getötet Wo hat den Dick getötet? Die Kostik Sehe ich das nicht wüsste Ja Mann Ist aber ernsthaft Wer hat da die ganze Zeit durch die Konsole geschrieben? Ich schreibe im T- Im Toten Chat schreibe ich manchmal, aber nicht in der Konsole Ja, also Wer Wer hat denn warum geschrieben? Das war ich, aber ich hab's mit U im Twitter Chat geschrieben Ja, anscheinend ist Hast du hier Rechte drauf? Nein, das ist das Games Nein, eigentlich nicht Das sieht normal so aus Da steht dann nicht Konsole normalerweise Doch Also bei mir stand Death Team Da steht Konsole da Guck mal Let's Play Genau Na jetzt muss ich auch noch sein Part gucken Ähm Ne lieber nicht Edeltoast warte Aber waren da nur meine Dinge? Warte Nur meine Nachrichten oder auch die der anderen? Ne nur deine Warum denn nur meine? Warum? Ich hab keine Rechte Hallo Hallo Hast du für ein Geschenk für mich? Hast du für ein Geschenk für mich? Ne leider nicht mehr Da Wo ist Ties? Ich bin Detektor Ich bin Detektor Ach ne ich dachte gerade Ja ich dachte ähm Wo ist das gerade schon Was machst du da ey Toast? Ich hab das vom Detektor bekommen Achso Ja das Verpackt ist super Mitleid hast du ein gutes Geschenk gemacht Hallo Okay Deine Aufgabe schiebt mich zum Turm Was ist denn los? Holger Stein Okay Stein Das hast du gut gemacht Ich hab ein HP Ich hab ein HP Ich hab ein HP Ich hab ein HP Ich kann mir jemand Es ist echt neben Hast du gefunden Wo bist du denn? Hier Ja Was? Jetzt fahr rein rein Warte Ich bin im Leuchtturm Ich bin hier Bring Bring Pein Aua Wo bist du denn jetzt? Da drin ist er Links Da ist er gestorben Da ist irgendjemand gestorben Nein ich hab nur Fallschaden bekommen Ja Das ist kein Stein Achso Ich vertrau dir Ich glaub doch nicht Nenn was da irgendwo Volk rein und triebe Ich bin auf dem Boden geklatscht Sehr gut Suchen wir ihn Okay ich helf dich Da ist er Nein das ist nur am anderen Stein Da ist irgendwer gestorben Irgendwer ist da gestorben Ja Und das war leider nicht von Stau Der war irgendwo Und Wer war das? Ich nicht ich bin hier die ganze Zeit am Rand der Karte rumgelaufen alleine Die zwei laufen hier zusammen Der eine Near Death Ja wir waren beinahe von Piranhas Gefressen worden Okay Da Das ist auch nur ne Kiste Diese Kisten ne Fässer Voll Voll unverschieden Wiggle Midnight ist tot würde ich jetzt sagen Also da sie Wiggle geschehen hat denke ich Ja 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 Es ist Edeltoast Es ist Midnight Ich wusste es es ist Midnight Midnight ist Detective das weißt du Das macht sie erst recht verdächtig So Wiggle Das war's Da Wo ist der Wiggle Okay Nick ist später Das beweist nicht Das Wiggle Nicht Schieß mal auf die Health Station Da war ne Health Station Okay Okay Nick war es nicht Der hat aber auf mich gefassen Warum hat der auf mich gefassen Ich habe irgendwas ähnliches gefunden wie ein Stein Okay warte Ja genau Wir müssen halt noch weiter weg Okay Moment Ich muss Es muss hier Ja da ist es Hier ist ein Stein Hier ist ein Stein Nein Oh ich glaube ich bin ein Stern Smiley 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 Das ist ein Stein Oh du ich glaube ich weiß was du von mir verlangst Au Mann Steine heutzutage echt unverschillend Echt mal Smiley wir sind ein bisschen von den Lämmen Ja okay Verdammt Ich wollte es grad zünden Magic Wie das aussah Leider ich fäll so rund auf ein HP Stell dir mal vor Man würde Einen Teleporter im Haus setzen Mit dem Mit einer Jihad Bombe sie ins Haus locken Und mit dem Teleporter so schnell reagieren Dass man im Haus ist Und alle in die Luft jagen würde Ja Aber du kannst ja nicht switchen Von Jihad auf Teleporter Das schafft man schon Nein das geht nicht Doch Smiley schafft das Ja Mit Detektiv gib mir ne Shotgun Wenn einer jemand eine hat Wow Also ich hab ne Augen Wo bist du denn? Ich bin hier bei Davos Ich hab nur ein Rifle Jetzt hab ich ne Farmer Ja Ja Da Er war innocent Er hat mich angeschossen Ja Oh 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 mein Gott Nein Okay Oh 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 Mit einer ist meine Hilfsdetektivs Ja Hilfsdetektiv Okay Entschuldigung Namu Wollte ich nicht Miley Miley ist auf Drogen Ich bekomme Ich bekomme Ein Name Wurde vor mein Auge erschossen Ich muss ein anständiges Begräbnis machen Dann kauf dir mal ne Schaufel Oh das wäre gestorben Mitneid warum hast du ihn erschossen? Ähm Nein Mitneid hat ihn hat ähm Smiley erschossen Warum hast du mitneid nicht identifiziert? Weil du da um die Ecke gekommen bist Ah Ah es ist Ok gut Oh 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 Pick Puck Phh Zwei Idioten und die gleiche Idee Pek Wo war er denn? Warum hast du gezündet? Dachtest du ich wärs oder? Ne, der ist dann hinter dir. Achso, okay. Hinter euch. Man, ich wollte Namu einäschern. Oh, Manu. Sieht so verdächtig aus, dass du mit der Leiche in der Hand rumrennst. Ich habe auch gesagt, Namu wurde vor meinem Gesicht erschossen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh, ich wurde erschossen. Gute Hilfe, Midnight. Ja. Das kriegst du hier nicht. Detective. Innocent. Traitorianer. Traitor-Send. Ahead. Wow, du bist jedem einzelnen Schuss ausgerufen. Ja, das ist halt mein Scale. Und was, wenn ich es so mache? Wow, zu satan, den lasse ich mich. Alter, Mann, Wiggle, du solltest echt das zu üben. Das wäre Trigger-Happy, oder? Ja, Trigger-Happy. Er ist Trigger-Happy. Äh, äh, hier, du. Er ist da. Er ist da. Nee, kann nicht wahr. Wo ist er denn hin? Äh. Keine Ahnung, wo ist weggelaufen. Zum Haus? Nee, andere Richtung. Ups, falsche Taste. Wer schießt da? Wer schießt denn da? Ich habe nur mit 55 HP. Ich bin Detective, sorry. Star-Happy. Da oben, Swiney ist Trigger-Happy. Der war's. Der Swiney war eben in dem Haus, während alle hier waren. Trigger-Happy. Du bist Trigger-Happy. Du hast auf 27 HP runtergehauen. Da bringt dir nur noch ein 250. Hä, warum sind sie jetzt? Guck mal, das ist zweimal hier, das Spray. Da auch, das andere auch. Warte, warte, warte. Auch mit meinem Steinzug rumzuspielen. Ach, die verschwinden dann? Okay. Na klar, die verschwinden. Die sind nicht mehrmals dann da. Ja, das sah ja so aus. Wieso tust du das? Da unten ist wer gestorben. Swiney bleibt weg. Wo ist jemand gestorben? Hier. Namu. Namu, warst du's? Warst du's, Namu? Warst du's, Namu? Namu war's. War ich gern, ich würd's meine Linie töten. Verdammt. Du bist tot. Bist du? Ich werd' angeschossen. Irgendwer schießt. Das war ich, sorry. Was heißt die Story? Du bist so bedrohlich auf der Open gestanden. Ja, ich war die ganze Zeit nie im... Aber ich bin die Technik, also... Jetzt bin ich fast tot wegen dir. Ja, ich hab mir hier Station irgendwo, wenn du sie findest. Jetzt bekommst du ein Ziel. Du bist meine Heal Station. Äh, Edel. Nee. Fast. Nein, 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 ich hab doch, ich bin noch ein Kunde. Okay. Ich bin ihm auch zu. Ich kann meine Silent Fox rausfuhren, meine. Hey, ich hab auch eine. Ich würde mich so aufheben. Kann er mich aufheben? Keiner denkt, dass ich glaube, ich den Heals mache. Wurde komm, Smiley. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir. Es war zwar sehr auffällig, dass ich da stand. E drücken. Ja. Aber hey. Niemand merkt. Man kann doch mit... Als Traitor kann man auch Transfer machen, oder? Das geht doch auch, oder? Ja, kann man. Keine Ahnung, wie. Du kannst halt Traitor-Points... Allel. Achso. Ich bin... Innocent. Ich bin... Traitor-Send. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... In der sechste oder siebte Runde. Nenn ich mal Detektiv oder Traitor. Und spielen die Fenster eigentlich kaputt? Ja. Anscheinend ja. Oh Gott. Ach nee, das schwingt jemand hin. Ach Mensch. Okay, Namu. Wir haben ein neues Spielzeug gefunden. Ja. Spielzeug. Ich gehe jetzt ein paar Sachen teleportieren. Da haben wir geschossen. Hier liegen zwei. Hier liegt Smiley und... Namu. Die wollten doch nur spielen. Der hat sich selbst getültet. Mit dem Stein, ja. Haben wir einen Detektiv? Ach ja, wir haben... Ja, wir sind jetzt zu sechst. Siebt. Siebt? Ja, siebt. Äh, es ist... Nick. Das war irgendwie klar.